Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Railway Empire hier auf dem Kanal und ich grüße euch, schön dass ihr wieder den Weg her gefunden habt, dat freut mich nämlich sehr und wir spielen heute ein freies Spiel und zwar im Norden, aber wir wollen etwas später starten und zwar ich würde mal sagen 1870, wobei 1850 ist eigentlich mal die nächste logische Tendenz und zwar wählen wir 600.000 Hauptstadt, wir werden fahren in Omaha oder hier unten in Oklahoma, finde ich eigentlich ziemlich cool, hier ist Wichita, Dutch City, Amarillo meine Lieben, wir haben drei Konkurrenten, die KI Stufe, wobei wir machen mal zwei Konkurrenten, KI Stufe ist normal, Streckennetz machen wir einfach diesmal, ich will mal wissen wie es läuft, wenn man ein einfaches Streckennetz hat. Zusammen werden wir sie alle bezwingen. Hauen wir den rauf, wunderbar. General. Meine Lieben, ich mache ein einfaches Streckennetz, ich weiß das bei euch nicht populär, aber ich habe das noch nie gezeigt und deswegen möchte ich das euch jetzt zeigen. Du hast dein Startkapital erhalten und deine Aufgabenliste wurde erstellt. Du hast zwei Kontrahenten in dieser Region, also sieh dich vor. Okay, das erzählt uns der Sprecher meine Lieben und unser erster Auftrag wird uns von Oklahoma City nach Wichita bringen, da bin ich nämlich mal ganz groß dabei und da werden wir einen kleinen Bahnhof setzen, ganz klassisch, ihr kennt das ja, mal kurz drehen wir den ein, ich weiß es ist völlig egal, aber ich möchte ihn trotzdem eindrehen und den zweiten Bahnhof setzen wir hier drüben in Wichita, da und dann bauen wir hier mal einmal hier rüber, quer ein, passt, jetzt brauchen wir natürlich eine neue Linie von Oklahoma nach Wichita und dann brauchen wir noch eine Lok, dann nennen wir natürlich die Philly, ja die kommt hier oben drauf und dann würde ich sagen, let the drop lutch und so on und dann brauchen wir hier auch noch mal kurz einen Versorgungsturm mitten rein und das ist so unser erster Ansatzpunkt. Wir müssen Bier liefern, wie schaut es denn hier eigentlich aus, fährt hier los, wunderbar. Okay, Biere müssen hier geliefert werden, das ist so eine Sache, da müssen wir uns mal ganz kurz gucken, Oklahoma will Bier haben und wir haben hier keine Möglichkeit groß Oklahoma anzubinden, außer mit Getreide und das kriegen wir von hinten. Das heißt, wir werden hier einen kleinen Landbahnhof errichten und werden von hier, warte ne, da müssen wir noch ein bisschen rausziehen, 6% Steigung machen wir, wir werden folgendes machen und zwar eine Zuglinie einrichten von Cole nach Oklahoma, Lokomotive, die Philly und Marsch, meine Lieben. Wir wissen ja jetzt ein bisschen mehr, wie es funktioniert und deswegen werden wir das auch so tun, ja, das ganze Ding soll diesmal ein bisschen spannender gehen, ja. Können hier oben Überzuglinie auswählen, Widgeter braucht im Übrigen Möbel, die brauchen Bretter, also Holz von hier müssten wir verarbeiten zu Brettern. Oh, hier oben ist schon unser erster Kontrahent. Wir haben hier irgendwo Bretter, irgendwo nahe vielleicht. Amarillo könnte man auch super mit Vieh anbinden, auf dem Weg sogar über Kohleland gut, könnte man hier weiter raus expandieren und könnte man Amarillo noch mit reinbringen ins Boot. Wir müssen uns ja um sowas jetzt zum Glück keinen Kopf mehr machen. Glückwünsche dich zu deinem neuen Bahnhof. Danke, das ist mir ein Vergnügen. Das ist teuer, egal wie wir es drehen und wenden. So, machen wir das mal so. Und jetzt machen wir folgendes, wir schließen hier jetzt erstmal eine neue Route an. Äh, dup, 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 äh, ne. Ne, warte mal, ah, Gieren, wo bist du? So, Gleisbau wollen wir nicht. Neue Linie von Amarillo nach Oklahoma. Weil dann fährt er nämlich zwangsläufig hier vorbei. Und jetzt sind wir ziemlich blank, haben aber drei Städte schon quasi an den Start gebracht. Und den ändern wir jetzt auch noch ab. Und zwar Cole, der bringt Getreide. Also, der fährt einmal nach Oklahoma, dann fährt er zurück nach Cole-Landgut und dann fährt er raus nach Amarillo. Und dann fängt er wieder von vorne an. Da hat er nämlich hier ein bisschen was zu tun auch. Ah, einfaches Streckennetz. Ich liebe es. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da total begeistert. Ah, es schaut aber auch mega cool aus. Es schaut einfach auch mega geil aus, meine Lieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das hübsch. So, wird beladen. Sehr hübsch. Hübsch, oder? Ah, ich finde das sehr hübsch hier. Da kommt jetzt der andere. Und jetzt haben wir halt eben den tollen Fakt, wir brauchen mit einem einfachen Streckennetz hier halt nicht rumtun. Die KI weiß das schon seit Jahren. Und uns ist es einfach auch wurscht. Ja, das ist so wie bei den ganz alten Spielen, die ihr ja kennt, wo es auch einfach egal ist. So, 60% Bedarfsdeckung hier in Oklahoma. Das bedeutet, wenn wir in Oklahoma halt einfach noch ein bisschen fördern. Widgeter selber mit Möbeln ist ein bisschen doof, aber auch hier sehr große Wachstumsraten sehen wir hier. So, gucken mal, hier ist ein Zug. Hier fährt einer lang und hier oben ist auch gerade einer Richtung Amarillo unterwegs. Der hat auch Bedarfsdeckung, ist auch mega hier. Aber das ist am Anfang immer so. Wir erhöhen jetzt mal den Speed. Also, transportiere 70 Ladungen Holz. Das ist unser Aufgabenbereich. Okay, Widgeter wächst. Das ist sehr angenehm. Widgeter boomt gerade sozusagen. Wollen wir gerade ganz kurz gucken. Wer produziert hier noch Bretter? Hier ist Lehm. Salz. Rapid City. Holz. Ich mag das total gerne. Innovation. Okay. Also, dann machen wir erstmal Expresszüge. Das ist, glaube ich, wichtig. Hier oben ist auch ziemlich interessant. Die neue Dungeon. Äh, Dragon. Sorry. Doc Murphy bietet hier mit. Wir machen auch mit. Die Dragon ist für mich ziemlich interessant. Weil die halt auch viel kann. Ich wollte nur den Preis in die Höhe tragen. Ja, ist ja in Ordnung. Also, kann man jetzt so mal sagen. So, Oklahoma wächst weiter. Ja, ist gut sogar. So, hier der, da wäre jetzt halt einfach die Dragon verfügbar. Machen wir auch. Machen wir auch. Einen Dragon draufpacken ist kein Schaden für uns. Und hier kommt eine gerade eben auch von dem Kohle Landgut. Auch ein ziemlich interessantes Ding. Oh, da haben wir jetzt gerade vieles Wartungsgebäude. Hier fährt ja auch alles durch. Da spare ich mal ganz kurz drauf, weil wir müssen unsere Züge natürlich auch warten. Einfach ein Schrecken. Mein Reporter hat sich dein kleines Unternehmen einmal genau angeschaut. Sehr lieb von dir. Also, Oklahoma würde ich gerne aufrüsten. Zumindest mit eben so einem Wartungsgebäude. Damit unsere Züge halt auch gewartet werden könnten. Versorgungsturm ist klar. Wie schaut es mit dem aus? Ist der gewartet? Ist okay. Oh, jetzt geht es raufwärts. Ja, hoch den Berg. Das ist immer schwierig. Neuer Heizer drauf. Ist mit Sicherheit kein Schaden für uns. Können wir machen. Können wir machen, meine Lieben. So, das hier ist die Fleischindustrie. Die produziert auch generell gerne mal. Wird hier Fleisch tatsächlich auch mitgenommen. Sehr gut. So, gucken wir mal alle Linien an, die verdienen. Vor allen Dingen aber die hier. Von Amarillo nach Oklahoma. Uh, diese Pläne kannte ich noch nicht. Danke. Hm, danke. Dienstwagen können wir auch noch hinzufügen. Obwohl, nein. Lassen wir mal ganz kurz. Was gibt es denn hier noch? Kreative erhöht den Profit aller Fabriken. Haben wir jetzt aber noch keine, ne? Ähm, dann lass uns das erlaubte Entzügen Verwendung des Dienstwagen erhöht die Boni für aller Mitarbeiter. Hm, eher schwierig. Standardisierte Bauteile verringert die Kaufpreise der Lokomotiven. Oh, da müssen wir sparen. Da will ich hin. Also das müssen wir auf jeden Fall haben. Auch die Leistung erhöhen finde ich hier eine ganz wichtige Geschichte. Dass der so abgeht, wundert mich gerade ein bisschen. 35. 35. Mach mal. Kommt ein neuer Zug drauf. Hauen wir gleich mal einen neuen drauf. Das ist kein Schaden. Die von Oklahoma wächst. Super, geil. Was kostet uns der da hier, der ist sau teuer, weil wir die halt jetzt schon erst anfänglich gleich bezogen haben, die Jungs. Schnellsten Zug, yay. Bei dir läuft es ja derzeit richtig gut. Okay, Fracht und so weiter liefern wir jetzt auch ganz heftig. Okay. Gucken wir mal schnell, was ist denn mit dem Obst hier eigentlich? Noch nirgendwas. Das liefern wir bereits. Wobei, da müssten wir halt jetzt echt mal Folgendes machen. Wir müssten halt hier das anbinden. Das kostet nicht viel, weil wir brauchen hier den Bahnhof und der geht denn hier gleich drauf. Und dann lassen wir hier einen Zug pendeln. Also zwischen Amarillo und der Fleischfabrik. Die wird jetzt momentan, ja natürlich dummerweise auch komplett versorgt hier. Warte mal kurz, wir machen das so. Und schließen das gleich mal an. Verlauf geplanter Gleise geändert? Weiß ich jetzt auch nicht. So. Und dann kommt hier jetzt nochmal ein neuer Versorgungsturm dann hin. Für 30.000 müssen wir uns den leisten wollen. Aber ich will mich hier, kalifornisch neuer Sonnen, okay. Hier in dem Bereich würde ich mich gerne niederlassen hier unten. Also alles, was im Südwesten liegt, ist so eher das, wo ich hin will später. Aber vorher brauchen wir natürlich hier auch einen Versorgungsturm, einfach um nochmal dann auch diese Linie zu betanken, wenn es denn drauf ankommt. Und die produzieren hier Holz, oh, die produzieren Bretter. Und diese Bretter werden ja dringend gebraucht. Und zwar in der wunderwundervollen Stadt Wichita, wo Möbel hergestellt werden. Also da könnten wir hier eine Lok dann auch fahren lassen. Von hier nach Amarillo. Von Amarillo ein Expresszug quasi dann nach Wichita, um Möbel herzustellen, die dann auch wieder rückwärtig mitgenommen werden könnten. Das wäre sehr super. Sind wir jetzt schon weiter? Ne, noch nicht, ne? Ja, und hier sind wir auch noch ein bisschen eng beisammen. Ach komm, das machen wir jetzt trotzdem. Freischalten. Freischalten. Sieh dir mal diese schicke neue Ventilsteuerung an. Herrlich. So. Okay. Also jetzt als allererstes brauchen wir erstmal einen neuen Zug. Von hier nach da. Lokomotive wählen. Wir haben da am meisten Power. Da wäre die Dragon eigentlich ganz gut drauf. Lokführer gibt es hier auch im Angebot. Können wir auch gleich draufpacken. So, weil der kann nämlich hier auch ein bisschen Vieh anliefern. Was kostet uns der hier gerade? Na, der ist zu teuer. Das werden wir momentan noch nicht so hinterhächseln können. Aber der Weg ist zumindest da und geebnet. Investiere doch mal ein wenig in die Zuverlässigkeit deiner Züge. So, Wartungsbedarf reduzieren machen wir auch gleich noch auf. So, was fährt hier gerade lang? Das ist die Campbell-Zucht. Die macht ganz tolle Gewinne. Damit nämlich hier das Fleisch tatsächlich läuft. Und der sollte jetzt eigentlich von der Produktion her, sollte der deutlich anziehen. 16,9. Also der sollte jetzt durchgehend ausgelastet produzieren können. Ja, und der nimmt auch hier ganz gut was mit. Also hier möchte ich gerade Amarillo auch ein bisschen an die Pflicht nehmen. Auch das mit dem Holz finde ich saugeil gerade. Das würde ich sagen, das ist unser nächster Ansatz. Kleiner Bahnhof. So. Und dann gehen wir von hier über hier über hier nach hier. Das ist natürlich jetzt für 60.000 erstmal noch kein Thema. Aber es wird mit Sicherheit relativ schnell zum Thema. Weil unsere Züge verdienen ja eigentlich relativ easy Geld. Ihr seht schon, das ist der Unterschied zwischen einer komplizierten und einfachen Streckenanbindung. Das geht so super gut. Ihr seht, ihr könnt relativ schnell am Anfang gleich Vollgas machen. Und das ist eine Sache, muss ich sagen. Da finde ich es nicht in Ordnung, dass die KI das eben grundsätzlich so hat. Bahnpolizei. Hört die Transportvergütung. Na, da bieten wir mal mit. Ich kann zwar nicht überbieten, aber ich möchte mitbieten. Für einen Zehner finde ich das völlig in Ordnung. Hast du diese Ausgaben einkalkuliert? Klar, wir sind völlig pleite. So. Nächste Aufgabe. Zuglinie wählen. Von hier nach da und von hier mit Holzbrettern geht es dann nach Wichita. Um dann wiederum von Wichita zurückzufahren und dann quasi ganz zurück. Müssen wir natürlich eine Lok wählen. Könnte ich mir vorstellen, eine schnelle Lok drauf zu packen. So eine. Da haben wir jetzt auch niemanden gerade da, der dafür bereit wäre. Aber die kann das ganz gut. Und die hat auf ihrem Weg zweimal drei Versorgungstürme sogar. Also das klappt bestimmt auch gar nicht mal so schlecht. Die rasenden Schwestern. Neue Rekorde halten. Welt in Atem. Okay. Fährt der jetzt allein? Ach so, der fährt da rüber. Müssen wir mal gucken, was der kann. Ja, der macht ganz guten, ganz guten Deal eigentlich. Und der nimmt hoffentlich jetzt Bretter mit. Ne, der bringt Fleisch weg. Das ist natürlich doof. Aber der ist auch ein bisschen überfrachtet. Vielleicht. Erhöht den Profit durch transportierte Post, aber sowas von gerne. Okay. Liefert der. Der produziert nämlich jetzt. Oder hat zumindest mal produziert. Vor Uhrzeiten ist das her gewesen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wer ist denn das denn? Der da. Den würde ich gerne klonen. Einer deiner Mitarbeiter wirkte überraschend kompetent. Da musste ich ihm einfach einen Job anbieten. Weil der kommt nämlich hier mit Holz an und ich würde gerne, dass der umlädt hier. Ah, freier und unabhängiger Journalismus. Ein Eckpfeiler unserer Nation. Okay. Ich hoffe, der hat jetzt noch ein bisschen Rohstoffe. Die würde ich gerne hier weiterverarbeiten. Gucken wir mal schnell, was der Zug macht. Lädt aus. Du solltest deine Züge besser in Schuss halten. Nimmt nur Fleisch mit. Okay, also Fleischindustrie in Amarillo ist überragend. Die gehen auf 100% Leistung. Die dafür gar nicht. Obwohl die durchaus könnten. Okay. Was bringst du? Du entlädst gerade haufenweise Rinder. Vielleicht liegt das daran, dass hier oben noch ein Problem ist. Warte mal kurz. Widgeter. Die wollen auch Stoffe produzieren. Die kriegen aber ihre Möbel glaube ich nicht weg. Bretter. Oder wir bringen hier vorhandene Rohstoffe. Könnten wir natürlich jetzt von hier sehr einfach Baumwolle anliefern. Von hier raus gehen wir an die Campbell-Zucht ran, bauen hier nochmal einen Ausweichroute rüber und dann könnten wir das auch sehr, sehr einfach nach Widgeta bringen. Das wäre so eine Idee. Haben wir hier unten noch irgendwas Näheres liegend? Nö, ne? Also hier ist jetzt alles relativ offen. Wir machen es trotzdem einfach, weil es sinnvoll ist. Warte mal, bauen wir es aber so auf. Wir machen hier eine relativ fixe Geschichte drauf. Über die Campbell-Zucht wollen wir hin. Und dann bauen wir das und dann gehen wir hier einfach nochmal raus. Warte mal. Das ist mit dem einfachen Streckennetz finde ich gerade total faszinierend. Also dass das wirklich so einfach geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, und dann kommt hier trotzdem nochmal ein kleiner Versorgungsturm hin. 30.000, das ist auf jeden Fall leist und machbar. Und zwar hier vielleicht. Und dann werden wir jetzt demnächst Wartungsgebäude in unseren ganzen Städten aufbauen. Oh, ja, wir haben noch eine gute Leistung. Alle Achtung. Von hier, von Hillhof geht es weiter nach da, nach Widgeta. Dann geht es wieder zurück. Das ist eine Direktlinie. Da brauchen wir natürlich eine saubere Lokomotive drauf. Die ist halt schnell, kann aber nicht viel ziehen. Die Philly ist nicht so schnell. Ich hätte gerne hier die Dragon drauf, weil die einfach viel Leistung hat. Und das geht ja teilweise sehr, sehr weit hoch. Also da wohl ich das Problem. Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Deswegen werden wir jetzt Amarillo zum Beispiel, wenn wir uns den Bahnhof mal schnappen. Also hier und dann hier wird dann für 80.000 nochmal ein kleiner, war aber feiner Ausbau gemacht. Und zwar kommen hier eben die ersten Wartungsgerätschaften her. Für 80.000 damit wir das einfach sauber hinbekommen. Zack. Ist auch drauf. Wunderschön. Meine Lieben, das war die erste Folge. Hier, jetzt in einer späteren Epoche. Wir werden jetzt in künftigen Episoden werden wir nur noch spätere Epochen machen. Also immer eine Epoche nach der anderen, damit ihr alle mal gesehen habt. Ob ich jetzt weiter im einfachen System spiele oder mal wieder ein komplexes mache, das überlasse ich jetzt einfach mal so dem Zufall. Mein Reporter hat nichts als Wahrheiten aufgedeckt. Mindestens. Genau, aber das sehen wir dann einfach in der Zukunft. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch was. Euer Zwerg auf Zwergtube. Ciao.